Uh, Daddy. Lass mal schauen hier. In vier verschiedenen Farben. Einmal das in Rot. Boah, scheiße. Finde ich irgendwie sehr cool, muss ich sagen. Ist cool. Ist die gleiche Animation. Aber ich glaube, ich werde es mir trotzdem nicht holen. Es sieht echt nice aus. Es sieht echt cool aus. Guck mal. Erstens, ich habe das nice schon. Zweitens, Digga, das sind über 50 Euro. Und ich finde einfach, ich bin classy man. Das finde ich passt besser. Das ist so, Digga, das ist Xeonite. Das ist ja was. Komm, scheiß drauf, Digga. Eigentlich, ich schwöre, ich würde es nicht holen. Ihr müsst euch bedenken, Digga, mit 50 Euro kann ich meiner Mom, kann ich meiner Mom das Geld geben und sie kauft ein und so. Und scheiß. Wisst ihr euch meinen? Aber komm. Das ist am Ende des Tages mein Job. Passt schon. Oh mein Gott, cool. Ich habe das neue Name. Oh mein Gott, das ist so cool. Ja. Juhu. Baby. Welche Farbe, Homilchat? Also ich finde Violett eigentlich ganz cool. So ein bisschen auf Rain angedehnt. Und das Grüne, das Toxin Grüne ist auch sehr, sehr, sehr nice. Ich glaube, ich hole einfach alle. Oh mein Gott, ich hole einfach alle. Ja, Kuba, das Nile ist schon ziemlich hart, ne? Sag ich dir ehrlich, Alter. Ich würde mir das Blaue holen. Juhu, ich hab's. I'm all ready. Ein bisschen viel Farbe, als wäre ich auf LSD oder so, aber ey, das geht eigentlich, klar. Ey, so schlimm ist es gar nicht. You have it, yeah. Juhu, you have it, well. Oh, you're nice. What have you? Ah, poor guy. Let's go, guys, let's go fast B. Maybe on tower, I don't know. Beautiful, guys. Boah, wie ein Zustich. The animation is sick, right? Do right click. Look at this. It's way better than 10-1. Copy, copy. Es ist frei, es ist frei, Bruder. Ja, Dick, der macht Spike weg. Sag ich so. Der ist doch nicht, der ist doch nicht. Der hat ge-knifed, Bruder. Also mit dem neuen Knife, ich muss es austesten. No, no, no. Erzmann, das Knife-Kill. Der allererste Knife-Kill mit dem VZP-Xeon-Kill. Oh, Kuba, weißt du was? Weißt du was? Ich bin so stolz, Kuba, ne? Warum? Ich bin so stolz, dass du auf mich hörst und ich hingehst. Natürlich, natürlich. Ich hör auf dich, immer. Es sollte keiner hier sein, ich glaube. No. Oh. Ich weiß nicht, wo der... Ey, ey, ey! Bin nicht hier. 10. Mein ist 40. Ich wünschte, sorry, Bruder, er hat Wall, alles, Alter. Und er macht so, Dick, ja. Mein Bad, ich könnte eigentlich noch warten. Ich wollte ihn noch mal peaken. Ich halte ich, Heaven. Ich halte ich, Heaven, Butcher. Watch out dish, watch out dish. Ich halte, ich halte ihn noch hier. Nice. One detain, maybe tower. Ah. Nice. Kantin. Wtf. Ich will ihn, ich will ihn, ich will ihn. What are you doing? Tower, tower. Kantin raus. Das ist ein peek auf dich. Just ein peek auf dich. Play slow, okay? Play slow. Das ist ein peek auf dich, Dicker. Ne, Murrow. Ey, Dicker. Okay, das ist ein Moonwalk. Moonwalk peek, mein Freund. Oh, mein, ich habe einen Turnierbrief. Flash. Warte. Flash rein. Rass los. No side. Dicker, meine Knives gehen nach Uganda, Mann. Nein, tut er, tut er, tut er. Kommt hoch, Butcher, der kommt zu dir. Mach ihn weg. Mach ihn weg, Butcher. Nice. Richtig. Und da leuchtet es wieder, das Ding. Es leuchtet wieder. Weil ich der Beste bin. Ich habe zu beitag. Ach, Dicker. Ich habe es in der Map ganz genau gesehen. Papa Twing. Ich habe Stress, ich brauche Hilfe. Chaos 1 HP, Chaos 1 HP. Oh, nein. Oder? Nein. What the fuck? 옳0 G2G, guys. Good shot. I love you guys. Thank you for the game. I love you too, Kardashian. Ja, ciao, 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 ciao. Sieht richtig durchgenudelt aus. They're pushing us. They're pushing us, guys. On top king. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Nice, last side planting. What? Oh! What do you mean of your mouth, bro? Oh. Working. I'm drowning. Die hat der Oben von der Elbe auf Klausel. All 4, all 4, all King. Kling war noch einer. All 3, down. Das ist ein JL, JL, JL. Ja, das ist 2 JL. Nein, es geht doch bis. Oh, schieeeee! Ich kenne die Ola, zwei Seiten. No shot. 1 close to the sofa and 1 was yellow. 1 enemy remaining. 10 bullets. Nein! Pack this gun, mate! Bro, she has got bullets! Come on, man! Die haben mir die Oma! 3, 3, 3, 3, 3. Ach man, nein. Ich schwöre auf alles, hätte ich mehr machen können, Butcher. Ja, natürlich. All 3, das sehe ich doch direkt. Ja, ja, ich hätte da mindestens 3 machen können. Nice, noch einer dort. Nice, good job. Wuuuh! Wuuuh! First game. Just chatting shit. Bro, shut your mouth, Bro! No one cares, Bro! Willst du empfehlen zu kommen? Nah, Bro. Es ist alles dir überlassen. Wenn du einen Fufi übrig hast, für einen schmalen Thaler. Ich glaube, es ist A. 2B-Man, 2B-Man. Punkt. Einer war noch A, ne? Ja, ich schaue es mir genauer jetzt hier an. Dann müssen wir hier unter die Lupe. Warte, ich gehe auf Movie. 2Rotain zu A. Ja, gehen A, gehen A, gehen A, 2A. Einer noch B. Ist nicht ein Bieste? Kann sein. Bieste, ja. Warte, Akivero. Warte, Akivero. Naja. Einer Lower time hat nicht, wenn ich den Thaler wegnehme. Wow. Okay, KJ. Schön. Oh, es geht echt gut rein. Muss ich sagen, ja. Oh, was ein Molly! Oh, was andere Molly! Das ist wahr. 1 Dollar. Ich habe meinen Körper, btw. Leute, jemand hat Operator Sikhin. Ihr habt Operator Sikhin? Ah, kein Geld. Ich habe nicht Geld. Was ist denn auf, Alter? Ich habe das. So sind die Türken immer. Du hast Operator Sikhin? Drop, drop, drop. Es ist 1 HP, Bro. 1 HP. Geh, Smokes. 2 in der Top-Side. Let's go B. Wir finden es. Was ist denn? Oh, ein sehr großer Gehirn. Was eine geile Überfahrt, holy shit. Wichtig und richtig. Ja, siehst du mal. Hast du schon mal gelobt, das letzte Game oder nicht, Butcher? Ja, Mann. Ich würd sogar noch eins machen, du. Sag ich dir wie es ist. Hey. Oh Mann, Butcher. Oh Mann. Ich bin... Oh Mann. ...93 bin ich. So langsam komme ich wieder rein. So langsam komme ich wieder rein. Ich habe mir das ganze heiße Battle gone. Hab ich doch gesagt. Ich hab mir doch nur das Knife holen, verdammte Scheiße. Ja, das kostet genau so viel. Achso. Dann passt es. Wow.